weil der moment gerade so schön passt lese ich aus dem neuen lucis rausch empfehlung link in beschreibung den artikel der tanz mit dem fliegenpilz ich zeige es mal kurz sieht man dass ihr wohl einer von vielen lesenswerten artikeln wenn ihr interesse habt und wenn ihr ein gut gemachtes und anspruchsvolles magazin unterstützen wollt bitte das magazin kämpft ums überleben also passend zur jahreszeit der tanz mit dem fliegenpilz wie amanita rituale unser leben bereichern können ich bin ohne jegliche verbindung zu einer geschichte oder praxis oder auch nur zu einer kulturellen erfahrung aufgewachsen ich habe eine naturwissenschaftliche ausbildung unterrichtete an einer high school naturwissenschaften und schrieb bücher für pädagogen doch 2008 nahm eine naturkatastrophe mir alles und löste schwere panikattacken aus die mich schließlich auf benzodiazepine brachten und so kam es dass der fliegenpilz amanita muscaria mein leben veränderte fünf jahre klonazepam konsum beeinträchtigen meinen verstand und eine früh einsetzende demenz begann sich zu einzuschleichen ich verbrachte fünf weitere jahre mit dem versuch die droge abzusetzen nur um albträume von schmerzen panik und eine hölle zu ertragen die nur diejenigen verstehen die das selbst erlebt haben schließlich war ich so erschöpft dass ich plant mir das leben zu nehmen eines tages als ich auf der terrasse saß hörte ich eine stimme die mir sagte dass ich in den wald hinter meinem haus gehen solle bevor ich diesen planeten verlasse sie war sehr überzeugend und verführerisch also musste ich einfach dorthin fast sofort fand ich einen leuchtend bunten rot-orangenen pilz ich pflückte ihn und rannte nach hause um herauszufinden was es war nachdem ich viel über amanita muscaria recherchiert und mehr davon gefunden hatte machte ich einen tee und trank ihn der fliegenpilz hat mir das leben gerettet ich war frei von allen symptomen panik ängste und schmerzen ich begann auf eine weise zu leben die ich vorher nicht gekannt hatte ich wachte jeden tag energiegeladen glücklich und motiviert auf ich brauchte sehr wenig schlaf und war kreativ und produktiv doch schon bald hört ich wieder dieselbe stimme du solltest den menschen mitteilen flüstert er sie mir zu viele menschen leiden sie müssen es wissen du solltest videos machen und all die irreführenden informationen korrigieren und schließlich du musst das jetzt wirklich tun ich dachte ich muss verrückt geworden sein dass dieser pilz die verantwortung dafür trage aber ich hörte auf die botschaft woher auch immer sie gekommen war und damit begann die story von amanita dreamer der person dem kanal und der webseite die stimme wurde immer lauter andere leute schrieben mir dass der pilz sie ebenfalls gerufen hatte dass die stimme des pilzes auch sie förmlich dazu zwang ich machte mir sorgen den respekt der wissenschaftlichen gemeinschaft zu verlieren aber ich konnte auch nicht leugnen wie laut liebevoll und tief diese stimme war schließlich ging ich mit dieser information an die öffentlichkeit und sprach über die pilz stimme ich sagte dass die fliegenpilze uns vermissten und dass sie hofften dass die menschen sie wieder verwenden würden ich beschloss den pilz vor laufender kamera zu rauchen und fragen zu beantworten die ich online über die psychonautische praxis mit amanita gelesen hatte fast sofort waren die stimmen dieser wesen wieder da wie hunderttausende tief weiser bewusstseinswesen sie unterrichteten mich lehrten mich liebten mich und gaben mir ratschläge es war tiefgründig mit der zeit verstand ich zum ersten mal in meinem leben was die ältesten die götter und die vorfahren wirklich bedeuteten ich erkannte dass es sich nicht nur um erfundene geschichten handelte sondern dass die götter und ahnen real sind ich lernte dass das rauchen großer mengen von amanita muscaria sie in den mittelpunkt rückte und dass ich mit den wesenheiten sprechen konnte nicht nur zuhören und sie sagten es mir sie sagten mir das wichtigste was die menschen heute tun können ist zu der praxis zurückzukehren die sonnen wenden und tag und nacht gleichen mit trommeln zu feiern amanita muscaria zu rauchen zu tanzen die unterwelt zu besuchen und mit unserem volk in einklang zu sein erlauben sie mir hier die pilze selbst zu zitieren zitat liebe träumer wir haben euch alle so sehr vermisst wir sind schon seit tausenden von jahren zusammen wir haben uns eure geschichten angehört eure ängste eure freuden und feste wir waren dabei als das eis marschierte wir waren dabei als die flüsse ihren lauf änderten wir waren bei euch als ihr neue werkzeuge herstellt und neue wege fandet wir haben gehört wie ihr umgeliebte menschen geweint und euch über geburten gefreut habt wir sind ein teil von euch und ihr seid ein teil von uns doch dann kam es zu einer großen scheidung und plötzlich waren die menschen verschwunden wir waren traurig und trauern nun schon seit hunderten von jahren um euch und euren verlust wir haben zugesehen wie ihr krank und ängstlich wurdet da wir wussten dass wir euch helfen können haben wir uns entschlossen härter zu arbeiten und die uns zur verfügung stehenden nährstoffe zu nutzen um zu lernen euch näher zu kommen in der hoffnung dass ihr uns wiederfinden würdet wir freuen uns über deine rückkehr und wir weinen auch vor glück freude und festlichkeit wir haben dich vermisst zitat ende als ich anfing dies vor laufenden kamera zu sagen wurde ich nicht ermahnt oder ausgelacht ich wurde umarmt die botschaft wurde gehört und immer mehr menschen baten um weitere informationen es war fast so als ob sich auch die anderen menschen erinnern würden nach und nach begann ich entsprechende zeremonien zu gestalten und die kraft die von ihnen ausging war wunderbar ich verstehe jetzt was sie bedeuten und warum sie so wichtig sind natürlich stehen wir noch ganz am anfang zur zeit bin ich dabei meine erfahrungen nach außen zu tragen um anderen zu zeigen was ich selbst entdeckt habe bei einem echten ritual wird tagelang getrommelt und es wird viel gefeiert und zelebriert es ist eine erfahrung die sich über tage und nicht über stunden erstrecken und die alle paar monate wiederholt werden sollte natürlich ist es nicht ist dies nicht die ultimative lösung die alle probleme beseitigt es ist eine reinigende praxis ein ritual ein werkzeug für die mentale emotionale und spirituelle hygiene die art und weise wie unsere vorfahren solche rituale praktiziert haben und die art und weise wie ich sie heute lehren muss sind unterschiedlich aber die hoffnung ist dass die menschen diese rituale noch lange nach meiner abreise in ihrer gemeinschaft praktizieren und sie vierteljährlich etablieren auf diese weise können wir diese wichtige tradition und verbindung zwischen den menschen und den pilzen wiederbeleben und sie zeigten es mir ein ritual mit amanita muscaria ist keine feierliche angelegenheit es geht nicht wie bei vielen anderen psychedelischen ritualen darum die droge in einem dunklen raum einzunehmen es wird viel geraucht und tee getrunken um ein feuer herum mit trommeln und geschrei gesang und bewegung es ist ein krawall eine laute und ungestüme erfahrung wir besuchen die unterwelt loki kommt und bringt uns zum tanzen tor kommt und führt uns zu der kraft die tief in uns steckt wir graben unsere wut und scham unseren schmerz und das böse aus und versetzen uns in trance zustände der glückseligkeit wie umarmungen durch einen pilz viele kulturen und menschen haben sich über tausende von jahren mit hilfe dieser praktiken entwickelt und wir tanzten zusammen wenn die zeremonie beginnt beginnen wir mit dem rauchen des pilzes und dem trinken des aufgusses der aus den getrockneten fruchtkörpern des fliegenpilzes hergestellt wird bislang verwenden wir hookers also wasserpfeifen in zukunft soll jedoch jede person ihre eigene zeremonial pfeife verwenden früher wurde für solche rituale ein großer kessel mit amanita tee gekocht heute ist es aber sinnvoll dass jeder ritual teilnehmer sein eigenes gefäß mit dem aufguss erhält um diesen nach eigenem ermessen einnehmen zu können zum beispiel in dem er oder sie alle 20 minuten etwas davon trinkt und abwartet ob sich krämpfe oder übelkeit einstellen das ist dann ein zeichen dafür mit dem trinken des tees auszusetzen oder und mehr zu rauchen wenn wir mit dem trommeln beginnen lernen wir uns geschmeidig zu bewegen und zu wiegen um die festgefahrenen gefühle zu lösen die durch die ereignisse seit der letzten zeremonie entstanden sind seid ihr noch da ja wenn wir mit dieser praxis gerade erst beginnen sollten wir uns so viel wie möglich bewegen trommeln sind für diesen prozess unerlässlich wir können allein zu hause trommeln und teilung erfahren und das sollten wir auch wir können amanita ohne trommeln benutzen und dies sollten wir tun wir können uns um ein feuer versammeln ohne trommeln und ohne pilz und auch das sollten wir aber etwas einzigartiges geschieht wenn alle drei praktiken zusammenkommen der trance zustand der durch die trommel erzeugt wird ist tief in unserem körper verankert von der trommel im mutterleib bis hin zu all unseren menschlichen vorfahren die in trance getrommelt haben um zu heilen und mit den geistern zu reisen wenn wir amanita verwenden katapultieren wir uns in eine andere welt wenn wir uns dem trance zustand nähern lassen wir die wut die scham die hilflosigkeit und den groll los wir knurren und schreien wir wirbeln und bewegen uns und geben den dämonen des schattens der unterwelt und unserem dunklen selbst die ehre und gestatten ihnen sich furchtlos zu erheben setzen wir den dunklen aspekten keinen widerstand entgegen sondern akzeptieren sie als teil unserer selbst verschwinden sie genauso schnell wie sie gekommen sind wenn wir diese energie aufrechterhalten werden wir wohlmöglich feststellen dass die liebe in unser herz eindringt wir stellen fest dass vergebung ganz von selbst kommt und sehen dass alles in ordnung ist wir beginnen uns daran zu erinnern dass wir uns selbst und die menschen um uns herum lieben die trommeln beruhigen uns und führen uns in tiefere zustände wir sehen andere weinen und spüren ihre erleichterung ihre selbstliebe und sehen ihr leuchten und während wir uns beruhigen und zur ruhe kommen beginne ich als ritual leiterin uns alle sanft in tiefere zustände zu führen in denen wir lernen wie wir mit den ältesten und ahnen arbeiten können wir lernen wie man auf ihre weisheit und ihren rat hört wie man durch die zeit reist und wir erfahren wem die pilz stimme gehört wir lernen die ältesten und ahnen kennen und erinnern uns an die beziehungen die wir früher zu ihnen hatten und wenn meine stimme verstummt überlasse ich es den ritual teilnehmern zwischen den sternen seelen und göttern zu fliegen während wir den stimmen der kreaturen der nacht lauschen aber die wahre kraft entfaltet sich erst anschließend wenn wir schlafen und in die wachzustände alpha theta und delta eintreten wo wir visionen haben die manche als luzides träumen bezeichnen wir treten persönlich allein auf einer tieferen ebene mit der pilz stimme in kontakt wo sich die dinge verändern und unser gehirn moduliert wird wo wir wachsen alte ängste ablegen und in einem neuen leben erwachen erfrischt und neu einige die an meinen amanita ritualen teilnahmen sagten dass sie nicht wirklich viel von der erfahrung gespürt haben hier könnte man vermuten dass es für sie schlichtweg noch nicht an der zeit ist der pilz mit seiner weisheit erlaubt es noch nicht ich habe auch den eindruck dass viele menschen die cannabis konsumieren sehr wenig erfahrung mit amanita muscaria haben allerdings haben zahlreiche hanf gebraucher die an meinen fliegenpilz ritualen teilnehmen häufig am ende das gefühl dass sie mit kann cannabis aufhören und stattdessen den pilz nehmen sollten hat der pilz ihnen das beigebracht es gibt ein paar medikamente die die wirkung des fliegenpilzes beeinträchtigen und manche menschen mit aufmerksamkeitsdefizit hyperaktivitätssyndrom adhs die paradoxe reaktionen auf stimulantien zeigen haben zuweilen schwierigkeiten die wirkung des anregenden inhaltsstoff des pilzes dem muskimo zu spüren solche personen sind aber zumeist entweder erst seit kurzem auf ihrem spirituellen weg unterwegs oder sie haben ein sehr tief sitzendes kompliziertes trauma zu verarbeiten von dem der pilz vielleicht meint ich wage es zu sagen es sei nicht klug es an diesem ort und zu diesem zeitpunkt zu verarbeiten manchmal höre ich von meinen ritual teilnehmern schon nach einer woche wieder dann erzählen sie mir von erfahrungen die die meisten von uns bei entsprechenden zeremonien oder so ähnlich erleben wir fühlen uns plötzlich anders haben mehr energie und eine positive einstellung sind konzentrierter weniger ängstlich und motiviert projekte in angriff zu nehmen die wir schon lange aufgeschoben haben wir sind positiv und hoffnungsvoll aufgeregt und erleben viele synchronizitäten wir finden antworten auf probleme die uns schon lange beschäftigt haben und diese antworten scheinen auf der hand zu liegen und einfach zu sein unsere arbeit fällt uns leichter und was wir brauchen scheint direkt vor unserer nase zu landen es wäre vermessen zu behaupten dass es die eine amanita erfahrung gibt denn ich beschreibe hier nur einen aspekt der fähigkeiten dieses zauberpilzes so kann zum beispiel das micro dosing mit dem fliegenpilz zur aufarbeitung und linderung innerer traumata aus früheren jahren beitragen die normale psychedelische dosierung des tees kann zu schneller heilung und tiefen lektionen führen und hohe dosen eröffnen uns dimensionen die wie alternative zeitlinien und realitäten erscheinen wo wir die besten versionen von uns selbst nach hause bringen können schon das räuchern von amanita allein hat transzendente eigenschaften und die kombination mit anderen speziellen kräutern und enteogenen kann uns an noch magischere orte bringen heute wird endlich mehr forschung über dieses magische wesen betrieben und die fördert zahlreiche medizinische nutzungs möglichkeiten des fliegenpilzes zutage so weiß der pilz unter anderem entzündungshemmende immunstärkende und leicht mao hemmende eigenschaften auf und eignet sich zur behandlung von erkrankungen des nervensystems von adhs und schmerzen und vielem mehr aus diesem grund bin ich in die magische amanita muscaria verliebt sie hat mich gerettet und im gegen zu lebe ich um ihre geheimnisse mit allen menschen zu teilen die es hören wollen und sie haben mich gesegnet heute darf ich reisen und viele menschen treffen die solche heiligen zeremonien abhalten ich darf ihre speisen genießen darf geschenke und erfahrungen austauschen ich darf außerdem einen entsprechenden dokumentarfilm realisieren und orte besuchen an die ich sonst nicht gekommen wäre ich habe meine eigenen online räume die frei von zensur sind obwohl dieser pilz in fast jedem land legal ist auch in meinem eigenen ich bin aus einem nicht wirklich gelebten leben in ein leben aufgewacht das so voll und reich ist dass ich mit der neu entdeckten fülle fast schon zu kämpfen habe ich hoffe dass einige leserinnen jetzt neugierig geworden sind und amanita kennenlernen möchten sie vermissen uns sie vermissen dich und mir scheint in einer zeit wie dieser könnten wir alle ein wenig sonnenschein und einen roten pilz mit weißen punkten gebrauchen